Hallo, heute werde ich über das Einhell TCMG 250 CE Multifunktionswerkzeug berichten. Ein sehr interessantes Modell. Den aktuellen Preis sehen Sie, wenn Sie den Links folgen, die ich in der Beschreibung des Videos angegeben habe. Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit und vergessen Sie nicht, den Reparaturzeitkanal zu abonnieren und das Video zu liken? Lasst uns anfangen! Das Einhell Multifunktionswerkzeug TCMG 250 CE ist ein kompaktes Multitalent, das den ambitionierten Heimwerker bei Ausbau, Renovierungs- und Sanierungsarbeiten unterstützt. Sägen, Schleifen, Schaben und vieles mehr geht mit dem handlichen Allrounder einfach und schnell von der Hand. Der kraftvolle 250-Watt-Motor bietet ausreichend Leistung für arbeitsintensive Projekte und die Drehzahlelektronik ermöglicht ein Material und anwendungsgerechtes Arbeiten. Die Konstantelektronik sorgt dabei für gleichbleibende Leistung. Die zwölffach einstellbare magnetische Werkzeugaufnahme ermöglicht einen einfachen Wechsel und die optimale Positionierung des Zubehörs. Der Schalter mit Feststellfunktion erleichtert langwierige Arbeiten. Das Multifunktionswerkzeug hat einen Oszillationswinkel von 3 Grad und liegt dank seiner schlanken ergonomischen Bauform mit Softgrip-Flächen jederzeit angenehm und sicher in der Hand. Die mitgelieferte Staubsaugvorrichtung ist werkzeuglos montierbar. Die Lieferung umfasst ein Tauchsägeblatt für Holz und Kunststoff und einen Innensechskantschlüssel zum Werkzeugwechsel. Zusätzlich in der Lieferung enthalten sind eine Dreiecksschleifplatte, 9 Schleifpapiere, 3xK60, 3xK80 und 3x120 sowie ein Schaber. Umfangreiches Zubehör Das Einhelm-Multifunktionswerkzeug TC-MG250CE wird mit einem umfangreichen Zubehörset geliefert, damit man sofort mit den vielfältigen Arbeiten beginnen kann. In der Lieferung enthalten sind Absaugadapter, 9 Schleifpapiere für Holz und Metall, 3xK60, 3xK80, 3xK120, einmal Schaber, einmal Tauchsägeblatt, Holzkunststoff, einmal Knickschutzhülle und einmal Innensechskantschlüssel. Wechsel des Zubehörs. Mit der magnetischen Werkzeugaufnahme kann das Zubehör schnell und unkompliziert gewechselt werden. Komfortable Handhabung. Entstehende Vibrationen werden durch die Softgripflächen gedämpft, damit das Multitool jederzeit sicher in der Hand liegt. Regulierbare Drehzahl. Für optimale Ergebnisse sorgt die Drehzahlelektronik, die es ermöglicht, die Leistung an Material und Anwendung anzupassen. Sauberer Arbeitsplatz. Damit der Arbeitsplatz stets sauber bleibt, kann die im Lieferumfang enthaltene Staubsaugvorrichtung werkzeuglos montiert werden. Flexibel und vielfältig. Multitool. Ein Gerät mit vielen Funktionen. Das Einhell-Multifunktionswerkzeug TC MG 250 CE ist ein praktischer Allrounder in jeder Heimwerkstatt. Das 250 Watt starke Gerät mit 3 Grad Oszillationswinkel eignet sich nicht nur zur Bearbeitung von Holz, Kunststoff und Metall, sondern auch zum Entfernen von Fliesenfugen. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Die Staubsaugerhaltung ist fummelig zum Draufstecken. Das Gerät ist im Betrieb recht laut. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Das Gerät liegt gut in der Hand und ist recht leicht. Die Verarbeitung des Gehäuses ist in Ordnung. Die Verbindung hält sicher und fest. Ein passender Inbusschlüssel liegt bei. Das war mein Testbericht zum Einhell TC MG 250 CE Multifunktionswerkzeug. Den Preis dieses Modells finden Sie, indem Sie den Links in der Beschreibung unter dem Video folgen. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und wenn Sie das Video liken. Die nächste Rezension folgt schon in Kürze. Abonnieren Sie unseren Kanal und klicken Sie auf die Glocke, um es nicht zu verpassen. Bis bald!